Dieser Menier wurde 1978 bei Erdarbeiten auf der Flur langer Stein entdeckt. Wie vielerorts in Deutschland deutete auch hier der Flurname bereits auf das Vorhandensein eines Meniers hin. In der Nähe des Meniers fanden sich Relikte aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Es wird vermutet, dass es sich beim Stein um eine Grabstähle aus dem zweiten oder ersten Jahrhundert vor Christus handelt.